Äh, 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 wo bin ich hier gelandet? Ach ja, in wie lange kann er überleben? Okay, Leute, letztes Mal, wisst ihr, was passiert ist? Wisst ihr das? Ja, ihr habt's gesehen, oder? Ja, ojo, äh. Äh, die Silberfischchen sind gekommen, die haben mich so getötet und so genervt, ich hab sie alle getötet, so. Jetzt, wir haben Samen bekommen, ähm, ja, grafte ich mir jetzt, ne? Holz, Hacke. Holz, Hacke. So. Oh, da ist ne Hexe. Was ist das? Oh nein. Ich hab mir kein Schwert gemacht. Oh nein, ich mach mir jetzt schnell ein Schwert. Oh nein, Schwert. 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 Ich hab mir schwert. Schwert, schwert. Oh nein, ich hasse diese Welt. Mach den Spawna kaputt. Und mach einen anderen Spawna rein. Ja. Nein, ich hätte wieder fast die Welt verlassen. Oh nein, noch Zombies. Bitte nicht Zombies. Kein Spawna. Ein nettes Tier. Nein, nein, nein. Kein Tier. Mach nix. Bitte nix. Jetzt hab ich Vergiftung. Wie lange denn noch? Ach, endlich. Was? Kein Tier, hab ich gesagt. Kein Tier. Oh Mann. Spawna kein Tier. Kein Tier, sonst sterbe ich. Jetzt tun wir mal den Schwierigkeitsgrad auf. Einfach. Ich wollte die Folge beenden. Okay. Leute. Diese Welt. Nein. Keine Piggies. Was machst du? Töte die Piggies. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Leute. Diese Folge war zu kurz. Mein Bruder hat sich irgendwo Tee vor dir. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Tschüss. Also. Wow. Das war's. Tschüss. Das war's. Vielen Dank.